herzlich willkommen zu den player games trau dich heute zu singen und damit zehn euro zu verdienen zu er singen dafür gibt es ein wunderbares megaföhnchen was ich besorgt habe und ich habe auch schon einen kandidaten jetzt muss ich mal schnell hier drücken das ist der benedikt aus grevenburg habe ich das richtig ausgesprochen vollkommen richtig seit wann bist du schon auf mallorca ich bin seit gestern angekommen und wie hast du von dieser du musst mir kurz mein mikrofon wiedergeben 16 müssen 4,6 prozent also wie sind deine gesangs qualitäten so bisher einzuordnen also ich selber würde sagen überragend andere finden das vielleicht nicht immer so aber ich singe eigentlich ganz gerne aber eigentlich nicht hier jetzt unbedingt so okay du hast ungefähr zehn minuten zeit zehn euro zu ersingen hier ist dein megafon du kannst es auch noch mal durchtesten hallo du musst auf den knopf drücken und jetzt war mal den soundcheck hallo kann man das auch noch lauter machen ne das kann man nicht okay übrigens diese drei jungs dort hinten sind ausgeschlossen das sind nämlich seine fans so zehn euro er singen was für deine lieblings songs was hast du dir vorgenommen will briggs vielleicht johnny depp ein bisschen irgendwas von mir mal sehen das kommt drauf an ja okay ich brauche noch einen zeitnehmer warte jungs ihr habt eine uhr oder ein handy ich bräuchte mal jemanden der zeit stoppt mit dem handy geht das ja kein handy dabei okay also handy ist im beutel übrigens sehr vernünftig das handy nicht mit an die playa zu nehmen ist das eigentlich euer erster mallorca urlaub echt und wie ist euer eindruck so hammer echt einfach geil wart ihr schon beim freibier heute ja nicht nur heute sondern schon auch gestern so muss das sein okay wie viel freibier schafft man denn immer so das ist ja nur eine halbe stunde im megapark aber wenn man ordentlich zu lang schon 20 30 aber im bierkönig ging das schon ordentlich zur sache muss man sagen also wie gibt man dann dem kellner am besten ein bisschen trinkgeld das haben wir ja so 15 euro auf jeden fall jeder also dann gibt es auch ordentlich was zu trinken also ist das gar kein freibier sondern trinkgeldbier so kann uns denn so kann uns denn okay alles klar du hast das handy ja ich hab die stoppuhr du bist auf stoppuhr benedikt ja du bist bereit alles klar okay dann würde ich mal sagen achtung fertig ring frei für benedikt jetzt johnny johnny debb 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 je listing Was kleingeln, was kleingeln! Warum musst du trinken? Kartoffelsalat! Super, er geht zu Jungs, die gar kein Geld dabei haben! Spitze! Das ist uns ernst von Storn, oder? Oh Baby k-komm dochär zu mir! Ist egal, wenn du dein Herz verlierst! So, das ist nicht wirklich konsequent. Off-flucht, wo rennt der ganz hin? Bisschen mal ein bisschen klein, wenn es Ding euch mal ist. Bisschen lange zu gehen. Vielleicht? Will es Ding euch was für ein bisschen klein Geld? Nein. Nein, sorry. Doch, kommt Sieg. Aber dann entscheiden wir. Okay. Johnny Depp, Johnny Depp? Ja. Wenn du das gut kannst, dann ja. Ey, Wigwig ist auf Feuer? Ja, okay. Okay, okay. Wigwig is always scoring before the R&P From Wiggin to the heroes to play in white and green. That's the 28th season. Ich glaube, das ganze Projekt ist zum Scheitern verurteilt. Nein, nicht. Nein, 500 Euro wenn ich bin. Ja, 500 Euro für mein Scheitern. Du bist heiß. Wie heißt das? Wie heißt das denn Englisch? Was? Woran hapert es bei ihm? Englisch. Okay. Ich kann das mit Englisch. Oh mein Gott, wo rennt er hin? Ich kann das mit Englisch. Ja Mensch, die Stutten singen. Hey, wir sind die stelle. Ja, das ist das. Ja, hier singt. Johnny Johnny Depp 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 Depp. Johnny Depp Depp Depp. Johnny Johnny Depp Depp. Johnny Depp Depp. Johnny Johnny Depp Depp Depp. Johnny Johnny Depp Depp Depp. Johnny Depp 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 Johnny Depp. Also musst du auch ein bisschen länger dastehen. Ja, die machen wir nicht. Wie viel ist das? Euro ist das. Ja, Euro. Nee, mehr ein bisschen sogar. Eine dritte Chance. Männliche sind die Besseren. Hier, hier, hier. Jungs, seid auf der Bord. Ab der Bord, da könnt ihr euch was nehmen. Wir kriegen Geld. Wir stellen euch am Start. Ja? Mit mir sehen, einfach mit mir sehen. 10 Euro. 10 Minuten. Aber du bist auch nicht wirklich konsequent. Du musst dranbleiben am Gegner. Was ist das denn? Du musst so besten netten Leute machen. Hier saßen keine netten Leute, wenn man das so sieht. Wie viele Minuten hat er denn noch? Wir haben jetzt 5 und 15. Okay. Okay. Wie kommt noch er zu mir? Sing, Junge! Johnny, Johnny, Depp, Depp, Depp. Johnny, Johnny, Depp, Depp, Depp. Ja! Johnny, Depp, 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 Johnny, Johnny, Depp, Depp, Johnny, Depp, Depp, Johnny, Depp, Depp, Johnny, Depp, Johnny, Depp, Johnny, Depp, Depp. Mach ein bisschen bisschen. Oh, was denn? Kein Geld mehr. Julian, du musst dir gelangen. Du musst immer noch. Ja, hau mal ein Lied drauf. Sing doch mal was von Mia, Julia. Scheiß auf Schickimicki, ich will noch ein Bier. Monaco Satro B, nicht mit Bier. Scheiß auf Schickimicki, ich will noch ein Bier. Monaco Satro B, nicht mit Bier. Scheiß auf Schickimicki, wir müssen gleich Geld dafür. Machen wir. Wir fliegen gleich. Ja, komm Jungs, bisschen. Bisschen. Ja, ey, ich steh mal was raus. Also da sind schon 3 Euro drin. Nein, nix draus. Nee, nee, ich schuf mich mal rein und mich den 15 raus. Ja, 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 ja. Ich hab ihn nahe Bierkönig schwingt. Du hast ihm gerade 5 Euro gegeben. Nein, ich hab 15 zurückgekommen. Hey, ey, that's my mate. So, also 8 Euro dürft ihr jetzt zusammen haben. Ey, Jungs. Ich bin ein bisschen klein jetzt dafür. Ich bin irgendwas zusammen. Bisschen klein jetzt drauf. Nimm mich auf. Ich kann ein bisschen was wechseln, kein Problem. Nimm mich auf. Ich kann ein bisschen was wechseln. Ja, ganz sicher. Ganz sicher. Du musst einfach single durch die Gegend gehen. Dann klappt das schon. Komm, 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 komm. Ding, das passt, Alter. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Du hast noch knapp 3 Minuten. Hey. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Ich mach dir was mit einer Challenge damit. Komm, bisschen klein. Wir sind gleich auf Facebook. Doch nicht. Aber wenn doch echt ist, hallo. Alles gut. Schau, bitte. Und wenn ich kannst C protection machen. Johnny Depp, 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 Johnny Depp, Depp. Johnny Depp, Depp, Johnny Depp, Johnny Depp. Ich bin um 1, 2€. Wir kriegen 100€. Überrägt seine Freundinnen! Mach das Bill. Oh. Hallo! Hey, guck mal das auf. Hey, Männer! Hilfe! Das ist, glaube ich, kein Gefühl interessant, oder? Korrekt. Einfach laufen! Mann, 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 Mann! Hey, wir haben den Challenge hier am Laufen! Oh, Baby, komm doch immer zu mir! Das ist mir egal! Wenn er verliert, heute mach ich einen Mann aus dir! Dann bekommst du, was du willst von mir! Dann bekommst du alles, was du willst von mir! Oh, danke! Hey, mach, du denkst deine Challenge schon aufgeregt! Sieht gleich! Ein, zwei Euro! Bitte! Es gibt eine, es gibt eine Bar! Echt? Hast du dich schon mal jemals in deinem Leben so zum Horst gemacht? Nein, sonst ist es auch live auf Facebook. Ich kann das so hoch! Ja, da kommt noch die Folge, oder? Ja, da kommt noch die Folge, oder? Ja, es kommt Feuer! Ja, es kommt Feuer! Doof! Wir haben volle 30 Sekunden vergeben! So, ich glaube langsam ist es vorbei! Du bist auch nicht drauf! Keine Sorge! Ich fühl mich! 1, 2 Euro! Ich sehe was was schönes! So, leider habe ich meinen Zeitnehmer verloren! Keine Ahnung, weil die 5 Minuten wir gerade sind! Aber ich denke, wir kommen mal langsam zum Ende! Jetzt haben wir die letzte Chance! Sing! Hallo, ich bin Bild Mallorca! Du musst noch ein bisschen singen! continuer! Ja, naja, nein! Johnny Dep, Dep, Dep! Johnny Dep, Dep! Johnny Dep, Dep! Johnny Dep, Dep! Johnny Dep, Dep, Dep! Johnny Dep, Dep! Hang it! Nimm mich! Schauce dabei! Seid ihr HSV-Benz! Ihr habt den Drop nicht immer auf die Nächte! Jawoll! Bene, Bene! Lass noch mal da runter! Also ich glaube Bene, es ist langsam vorbei mit dir! Ich würde sagen, einen darfst du noch versuchen! Und dann ist Schluss! Was ist mit dem? Versuch den und dann ist es zu Ende! Ey, ey, ey! Ey, ey, mach bitte mit! Komm, eine Challenge bei Facebook! Ey, der singt was Schönes und du machst das einfach! Komm bitte! Das ist der letzte Versuch! So, irgendwas von dir, Julia, komm! Letzter Versuch! Das sing ich schon davon! Hallo Baby, komm doch her zu mir! Es ist mir egal, wenn du dein Erfalt hier! Wir sehen das Spiel auch! Heute mach ich einen Mann aus dir! Dann bekommst du... Sehen wir das Geld noch nach oben? Ey, komm bitte, bitte! Ey, bitte, du hast Geld noch! Ey, Jungs, ihr vielleicht... Ihr seid auf Mallorca, wir haben kein Geld! Seh mal! Wenn ich kein Geld... Okay! Letzter Versuch! Danke, Mann! Kein Problem! So, jetzt sollen wir mal zählen gehen... Wer willst du? Wie ist dein Nachricht für das da? So, wir haben... Nimm mal den Bestand, dann bist du das! Fünf! Neun! Acht! Neun! Zehn! Ja! 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 Zehn Euro dreißig! Nicht schlecht, mein Lieber! Dafür, dass du eigentlich eine ganz miese Performance hingelegt hast! Was? Aber ey, du hattest Spaß auf der Facebook! Ja, ich hätte so ein Gefühl des Fremdschemens die ganze Zeit! Ja! Ich hab gar keinen Schem dabei! So, glücklich! Sehr glücklich! Du hast deine Freunde echt glücklich gemacht! Ihr könnt euch jetzt nämlich schöne Souvenirs kaufen! Willst du mal ganz kurz reden, ganz kurz? Ja! Nein, zu dir mit! Wieso? Weil... Ich will... Ich sag, dass sie einfach der geilste Typ auf Malle ist! Jungs, der macht die besten Challenges! Macht alle mit! Ist einfach der Hammer! Echt! Ein bisschen peinlich! Aber egal! Mein Mikrofon ist, glaube ich, gerade geklaut worden! Gut! Aber egal! Ich hab ja noch ein bisschen Geld, kann mir ein neues kaufen! So, das waren die Flyer Games des heutigen Tages! Da ist der stolze Gewinner Clemens aus Krevenbräuch! Benedikt! Entschuldigung! Und der Mann hat einen Penis auf dem Kopf! Aber gut, sowas kann ja auch manchmal vorkommen! So! Morgen geht's weiter mit der Freibier-Challenge! Der Scheiß-Freibier-Challenge! Auf Bild! Morgen dann um 12 Uhr! Jungs, euch einen schönen Abend, Tag! Und danke Benedikt dafür, dass du dich zum Vollhorst hier gemacht hast! Super gerne! Super gerne! Tschüssi! Wenn ihr Ähnliches erlebt habt, dann einfach mal einen Daumen hoch bei dem Video! Ihr könnt aber auch total gerne hier Abonnent werden! Kostet nichts!